mhm Patrouillen meldet, Südseite gesichert ich gehe da nicht von da weg da ist gar nichts gewesen WTF wir sind Leute zu selbstgerechten Arschlöchern ich kanns kaum erwarten sie alle abzuknallen muss ich da raus? gesichert over aber nur gesichert over wir sollten alle Zeitzeiten mitnehmen die wir haben und die Bombeexperten entscheiden lassen welche sie verwenden sonst kann mich glaube ich keiner sehen ja packen wir mal dann speichern wir nochmal und dann können wir nochmal ein bisschen rumlaufen ähm ich hätte mal nicht das wert ok das muss ich gar nicht das muss ich gar nicht das was gesichert wird Slovensky melde und maltrachten, hier zur Inspektion Okay, da können wir noch rein. Das haben wir jetzt irgendwie ausgeschaltet. Hm, Stufe 3. Okay. Ah ja, nochmal speichern, habe ich gesagt. Weil sehr interessant wird, glaube ich, erstens... Bring ihn weg, du, melde mich wieder. Hm. Sehr schön. Okay. Äh, der hat keinen Pad gehabt, da rein, ne? Na, scheiße. Die haben sehr gut gesichertes System. Halt, stopp, haben wir. Nee, okay, hätte sein können. Ähm. Jo, wer sieht mich denn da als? Ja, stehe jetzt nicht. Wie, die FU ist denn die Zentrale für die Scheiße? Na, verpackt, wa? Na, verpackt, wa? WTF. Der hat eben voll gewackelt. Letzter Spielstand. Oh. Weiß, was ich denn her war. Ich check meine Waffe lieber einmal zu oft. Ah. Zack, 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 zack. Okay, das haben wir wieder, das haben wir eigentlich, oder? Wir hatten... Da war was gefunden. Da war Müll drin. Ich hab gesagt, da war... Polizei, da war scheiß Dreck. Nein, da war auch was anderes. Da war's. jedes Mal aus einem Zielmodell rausgehen muss. Ich will mal gucken, ob ich besser bin als der. Ich will mal gucken, ob ich besser bin. Ich brauche ein bisschen Renovation hier. Ich bin alle tot. Ja, Alter, ist jetzt mal gut. Okay. 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 Egal. Machen wir genau so. Ah, jetzt holen sie. Ich hole auch glaube ich jetzt nicht nochmal die ganzen Tage. Wobei, da waren Schrauben dabei. Gerd, doch, die holen wir uns. Das können wir ja nicht hacken. Das geht ja auch nicht. Hallo? Fünf? Ist ein bisschen gefährlich immer. Ach, warte mal. Hier war auch noch. Äh, das geht doch nicht. Geht doch mal fort. Gut. Da müssen wir gehen. Geht doch mal fort, Alter. Hm. Hey Jensen, Miller sagt, dass Sie am Leben sind. Ganz schön zäh, was? Wo zum Teufel waren Sie, Chicane? Ich? Sie waren stundenlang nicht erreichbar, Partner. Ich wäre Ihnen fast gefolgt, aber die Kakerlacken da unten haben mich entdeckt, also musste ich weg. Seitdem funke ich Sie an. Ja, also würden Sie mich mitnehmen? Helipad, nördliches Ende der Anlage. Sobald ich Ihr Infrarotbild sehe, komme ich aus der Deckung und hole Sie. Chicane out. Ah, okay, wir hätten also nicht durchgehen können. Warum denn Suche? Suche läuft, WTF, warum?